Hallo Andreas, in diesem Video geht es um Ihre Chips. Jetzt werde ich die Chips in meiner Kamera überprüfen. Chip Nummer 1. Chip Nummer 1. Ich habe eine Brennweite von 135 mm und Blenden von 2 und 8 bis 22 programmiert. Chip Nummer 1. Und das ist eine spezielle Ablage zum Inbau des Chips auf dem Leica Nikon Adductor. Chip Nummer 2. Ich habe eine Brennweite von 200 mm und eine Blende. 200 mm und eine Blende von 3 und 5 bis 22 programmiert. Chip Nummer 2. Chip Nummer 2. Dray hat einen Standant erwart. Die Brennweite von 45 mm und die Blende 2 und 2. Chip Nummer 2. Chip Nummer 3. Kaliber. Und mein Rat. Befestigen Sie zunächst den Chip mit Doppelzeiten Klebeband am Adapter. Ich gebe Ihnen ein kleines Stück Klebeband zusammen mit Ihrem Chip. Jetzt packe ich die Chips und schicke sie dir aus Ungarn. Vielen Dank für Ihren Einkauf und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich entschuldige mich für mein schlechtes Deutsch. Ich lerne nur bis jetzt. Hier ist noch die Chrot formerly Perfragen in der Ldaysaren Übrig für ein montage Projekt.